Hallo, ich bin Thorsten Jickel. Setzen Sie bereits Microsoft 365 ein oder überlegen Sie, es produktiv einzusetzen? Und Sie hören schon das Adjektiv produktiv. Denn Microsoft 365 ist ja ein sehr komplexes System mit wahnsinnig vielen Modulen. Und ich erlebe immer wieder, dass dann einfach dieses System übergestülpt wird über die Anwender und dann entsteht das große Chaos. Auf der Basis von über 30 Jahren Erfahrung helfe ich Unternehmen, Microsoft 365 wirklich produktiv zu nutzen. Also bei Unternehmen wie Pfizer beispielsweise, die ich bei der Microsoft 365 einfach unterstützt habe, hatten wir schon die Situation, dass die IT das System toll eingeführt hat, auch schon funktionale Schulungen gemacht hat. Aber es wurde einfach vergessen, dass man vielleicht auch organisatorisch sich schaut, wie sind die heutigen Abläufe und wie kann man denn beispielsweise Teams oder Planner oder OneDrive eben wirklich produktiv nutzen, sodass Microsoft 365 nicht nur die Kosten erhöht, sondern auch ihre Teams produktiver macht. Ja, mein Hintergrund ist Management und IT. Ich habe 1988 beim Computer Peer-Banier Nixdorf begonnen. Über Vertrieb, Innendienst, IT bis hin zur Geschäftsleitung. Und seit 2010 gebe ich diese Erfahrung an ein anderes Unternehmen weiter, so wie beispielsweise Coca-Cola, Pfizer oder auch mittelständische Unternehmen. Wenn Sie Microsoft 365 produktiver nutzen wollen, finden Sie neben diesem Video oder unter diesem Video oder über diesen jedenfalls rund um dieses Video einen Button, wo Sie einen Termin mit mir vereinbaren können, dass wir uns persönlich einfach mal austauschen und schauen, wie ich Sie gegebenenfalls unterstützen kann. Ich freue mich auf Sie und Ihre Mannschaft, Ihr Thorsten Jirke. Ich freue mich auf Sie und meinetчики.